Mein Name ist Helmut Rilling und ich freue mich sehr, dass ich wieder hier in Ungarn, wieder in Budapest und wieder in diesem wunderbaren Palast der Künste sind. Meine herzliche Gratulation an Sie alle. Sie haben ein wunderbares Konzerthaus, eines der besten in der ganzen Welt. Ich freue mich. 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 Das ist das. Ich freue mich. Wenn du mit dir hier in der ganzen Welt bist, Ich freue mich. Einige Vergn siber das.